Ja, soweit ganz gut. Wir sind zufrieden mit den Trainings und sicher auch die Vorbereitung ist immer hart, die Wintervorbereitung generell. Aber ja, läuft alles gut soweit. Ja, kann man so sagen. Ich habe jetzt einmal darüber nachgedacht, auf der linken Außendecker Position spielt ein guter Freund von mir. Wird sicher ein besonderes Spiel. Ja, es ist ein bisschen wenig, aber so geht es schnell weiter und am dritten, zweiten am Ende ist es schon wieder das erste Spiel. Bis dahin sollte man fit sein, aber da machen man keine Sorge mehr. Ja, passt super. Er tolt ins gut rein und passt gut in die Mannschaft. Dann ja. 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 Ja.